hallo leute willkommen zu einer neuen folge und zwar heute spiel mal mole kraft und ich muss wieder den sound etwas leiser machen ich spiel mole kraft oder was das ist mole kraft oder keine ahnung ich habe das nie gespielt deswegen ich kann es ja mal zeigen stats ja ok ich hab's vielleicht das hat mein bruder mal aufgenommen deswegen sind da auch schon ein paar sachen ich weiß gar nicht was man da überhaupt zu machen muss aber ach so warte man muss sich töten und leute suchen aha jetzt habe ich schon verstanden ein bisschen ich habe keine leute ja der server schon ganz etwas leer weil ich nehm grad am vormittag auf weil ich nehm grad am vormittag auf und ja weil ich heute noch schulfrei habe und morgen ja nicht mehr ich hab ne ruhe nice ähm ja es macht sehr viel spaß dieser spiel spielspiel dieser spielmodi meine ich jetzt oder ist einer vielleicht oder leute das macht ich leute das macht richtig spaß dieser spielmodi ich sterbe gleich oder was boah alter so endlich ist der scheiß witter weg endlich ist der witter weg egal ähm scheiße ich glaube hier sind irgendwelche leute hier irgendwo in der nähe muss doch jemand sein das glaube ich jetzt echt nicht das beste was ich jemals gefunden habe einfach fehlen nein spaz da ist einfach irgendeine scheiße manchmal drin jetzt hier ein steinschwert zum beispiel brauchen wir eh aber ja eisenschwert alter ja ich bin fast tot halt hört ja alles klar ich bin fast tot das ist dieses random event was ist das überhaupt da ist einfach irgendwas so ein komisches es lebt nur bei einer das habe ich gar nicht gewusst ich gucke ja nicht so drauf es lebt nur bei einer leute das macht echt spaß das ladet mich irgendjemand ein ich kann grad nicht ich weiß nicht weil wer das ist überhaupt vom namen her jeder ändert seinen namen und ich weiß nie wer das ist das ist immer das gewisse größte problem das schreibt er bitte in die kommentare wer du bist falls du siehst oder ist das einfach ein typ von bomben den ich nicht kenn ja ich hab'n dia-schwert ich hab'n dia-schwert ich hab'n dia-schwert mehr wo ist der eh wo was will der alter fett fly heck was ist das denn boah wer ist das wer ist denn man wer ist das jetzt ich verstehe das nie ich weiß nie wer das ist ich nehm auf er ist der blöd tut mir leid aber ich nehm grad auf ich kann nicht zocken ich weiß nicht mehr wer das ist ach sooo ach sooo ja ich wusste nicht dass das so anders heißt ach so der eli ist das jetzt weiß ich endlich ach so ich habe nie gewusst wer das ist weil du hast dein namen geändert ach sooo ja warte machen wir gleich jetzt kann wo ist der typ man ich weiß es echt nicht weil ich will noch die runde zu ende spielen mal immer bisschen was gewinnen so das brauchen wir alles nicht das ist ja alles nur dreck das brauchen wir alles nicht alter was ist ja los kann das sein dass der unsichtbar ist das könnte auch sein das ist so ne das ist so ne krasse runde also liebe grüße an der stelle wenn das video siehst da ist er da ist er habe ich jetzt gewonnen man ich habe verloren ist ja egal das war einer meiner ersten runden ich schreibe es einfach mal hacks weil um den so ein bisschen zu trollen weil das muss man ja auch machen nicht schon wieder der typ da ist keine lobby frei warte wie lange nehme ich schon auf ja ok leute ich beende jetzt das video mal also leute ciao ja Outro